Hier ist Mensur Suljowitsch. Mensur Suljowitsch! Lieber Herr Suljowitsch, schön, dass Sie hier sind. Das freut mich wirklich sehr. Was haben Sie mitgebracht? Eine Dartscheibe und meine Dartspeile. Original Dartspeile. Das sind Ihre original Dartspeile? Muss man vielleicht in die Kamera halten? Mit denen werfen Sie? Ganz schön schwer. Darf ich einmal? Ich habe schon gehört, dass Profis ihre eigenen Pfeile haben. Aber was zeichnet diesen Pfeil jetzt aus? Ist der anders als die Pfeile, die ich im Wirtshaus benutze? Korrekt. Die sind extra für mich gemacht worden. Aber warum? Das Richter an den Haltung wichtig ist. Damit sie richtig in der Hand liegt? Das verbindet Sie ja wirklich auch mit einem bildenden Künstler, der einen Pinsel in der Hand hat. Man versucht sozusagen das Instrument genau richtig für die Hand zu gestalten. Korrekt. Würden Sie sich als bildenden Künstler bezeichnen? Ja. 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 Das war ein klassisches Ja. Welcher Künstler sagt das von sich selbst? Ja. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie ein derartiges Talent in den Händen haben? Ich bin leider ein bisschen mehr zum Trainieren. Ich trainiere jeden Tag fünf, sechs Stunden. Und es ist ... Ich habe schon ein Gefühl. Aber man sieht es durch den Training, ob man den Gabe hat für den Sport oder nicht. Aber das heißt, Sie waren sehr jung, als man das Talent erkannt hat? Ja. Mit 19 leider nicht so jung, aber ... Wann begonnen? Mit 19? Erst begonnen mit 19? Begonnen, genau, ja. Okay. Aber wo? In einem ganz normalen Wirtshaus, oder? Eine ganz normale Kneipe. Die E-Darts, oder? Genau. Da, wo die Maschine für einen selber zählt, man kann einfach werfen besoffen, das ist wurscht, weil die Maschine zählt. Nein, das mag er gar nicht. Wenn es wieder assoziiert wird mit Saufen, das mag Herr Suljowitsch gar nicht. Aber damals ging das, aber bei E-Darts geht das. Aber das verbindet ihn auch mit anderen Künstlern. Andere Künstler saufen ja auch irgendwie, ja. Er sauft doch nicht. Nein, er nicht. Aber viele saufen natürlich, wenn sie Darts spielen. Ja, aber nur in Wirtshaus. Ja. Aber Sie müssen, und das finde ich ja so arg, Sie müssen rechnen. Die ganze Zeit. Sie müssen immer von 501 runter auf 0. Und Sie müssen genau wissen, was was bedeutet, was jeder Wurf bedeutet. Das heißt, Sie haben eine ganze Palette an Zahlen im Kopf. Sie wissen es genau. Wie ein Schachspieler eigentlich. Wenn man eine Rechenschwäche hat, kann man dann Darts-Profi werden oder geht das nicht? Schwieriger, wirklich. Man muss wirklich das ausrechnen. Das ist leider, leider schwierig. Bei Elektronik-Darts schon. Ja. Das ist kein Problem. Jeder Vollhonk kann dort Profi werden. Aber bei Ihnen nicht. Und Sie hatten irgendwann einmal eine Phase, das finde ich wahnsinnig interessant. Ja. Weil dieser Mann ist wirklich Weltspitze. Das ist ein Weltstar in der Darts-Szene. Und Sie hatten mal eine Phase, und das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen auch, wo Sie den Pfeil nicht mehr loslassen konnten. Dartitis. Das heißt, Dartitis... Das ist ein riesengroßes Problem. Man will viel zu viel. Trainierst jeden Tag und dann auf einmal stehst du da und dann der Kopf, Hirn blockiert. Du stehst da und wirfst den Dart am Boden. Nicht auf die Scheibe. Die Scheibe ist so groß. Auch hier wieder, wie in der Bildernkunst, eine Blockade. Aber was macht man dann? Den Pinsel so genau. Ja. Was tut man dann? Ich habe dann jeden Tag zwei, drei Stunden extra für mich gemacht. Und ich habe die Dart leider nur genommen und geworfen. Und deswegen ist mein Wurf ein bisschen ganz anderes wie die Profi. Die meisten holen es mit drei Finger und so. Wie werfen Sie jetzt? Ich wirf so jetzt. Ist zu kompliziert für jeden. Soll er nicht probieren. Seht man das in der Kamera? Das ist ein Wurf, wo ich mir denke, Sie wollen sich selber umbringen. Ja. Weil Sie treffen eigentlich Ihren kleinen Finger. Ist nicht. Das ist Wahnsinn. Stimmt es, was ich gelesen habe über Sie, dass Ihnen in Wahrheit die Lautstärke zu groß ist in diesen Hallen? Wenn zu viel geschrien wird, hätten Sie es lieber ruhiger? Korrekt. Hätten Sie lieber Museumsatmosphäre? 100 Prozent. Ja? Das ist etwas... Die Atmosphäre ist ja, ich trainiere immer zu Hause oder im Klub, da ist es wirklich ruhig. Und dann jetzt auf einmal für 5.000 oder 10.000 oder 20.000 Zuschauer. Und die sind meistens gegen dich, wenn du spielst, du spielst gegen die Engländer oder die Anheimische. Und die sind für denen, verstehe ich, so wie im Fußballspiel. Daheim ist daheim, aber... Darf ich Ihnen was zu trinken abbieten? Darf ich Ihnen was zu trinken abbieten? Ich habe noch gar nichts zu trinken angeboten, lieber Herr. Alles gut. Echt? Gar nichts? So ein bescheidener Mensch. The Gentle. Oder? Das sanfte. Aber The Gentle, das war nicht Ihre Idee. Sie wollten nicht The Gentle heißen, Sie wollten eigentlich... Jackpot heißen. Jackpot! Nicht Jackpot! 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 Aber Ihr Management hat gesagt, Gentle ist besser, oder? Gentle ist aber genial! Er war besetzt, dieser Adrian Lewis, der hat in Amerika wirklich ein Jackpot abgeschossen und der war nicht einmal 17 Jahre, hat er nicht einmal den Preis bekommen und er hatte diesen Namen. Gibt's eigentlich, alle D'Arter haben so Stage Names, so Künstlernamen? Fast alle, ja. Gibt's einen, der auch D'Artagnan heißt? Noch nicht. Noch nie, der ist so ideal. D'Artagnan. Aber welche Namen gibt's dann da, wie heißen die, Ihre Kollegen? Jeder hat unterschiedliche Witze, Simon Whitlock, Jackpot, Powertailer, jeder hat seine Spitze. Powertailer, wie peinlich, wenn man sich selber Powertailer nennt. Nein, wieso? Du bist auch Power-Dirky irgendwie, oder? Ja, aber ich würde mich nicht so nennen. Sind Sie eigentlich reich geworden über's Darts-Spielen? Nein, aber ich kann gut leben, Gott sei Dank, aber reich. Aber es werden schon ordentliche Preisgelder ausgeschüttet, oder? Korrekt. Das ist ja immer besser, seit den letzten zehn Jahren. Die Preisgelder sind immer mehr und mehr. Der Weltmesser kriegt doch 500.000 Euro. Immerhin. Ich bin weit entfernt, ich verliere die Meisterrunde leider. Nein, nein. Das sagen Sie jetzt nur fürs Finanzamt, falls es zuschaut. Ja, eben. Das auch. Sie haben jetzt am Wochenende in Manchester geworfen. Sagt man geworfen eigentlich? Geworfen kann man auch sagen. Gespült. Gespült. Gespült haben Sie. Und da haben Sie die neun. Genau. Das heißt, Sie haben mit neun Pfeilen runter. 501 ausgemacht. Das heißt, besser geht nicht. Nein, geht nicht. Sie haben neunmal geworfen und waren auf null. Sie haben das Turnier gewonnen? Nein. Letzte acht leider. Letzte acht? Wie geht das denn, wenn man das Beste macht und dann verliert? Einmal nur geworfen. Wahrscheinlich hat er sonst versagt. Muss man öfter machen. Ach so. Dartitis wieder. Oh. Was machen Sie? Woran denken Sie? Weil ich weiß, ich habe gelesen, Sie sind eigentlich nervös. Wenn Sie werfen, sind Sie nervös. Aber das ist ja das Schlechteste. Am besten wäre ja deswegen ja auch Bier. Denkt man immer, wenn man so leicht betrunken ist, man denkt nicht mehr nach. Nein, Alkohol ist wirklich keine Lösung. Keine Lösung. Nichts sonst sagen. Irgendwie schlecht aus. Nein, aber das ist ja eine interessante Frage. Ich auch. Gibt es Doping-Tests? Also ist der Einsatz von Valium zum Beispiel, was ja die Harten ruhig machen könnte. Gibt es Doping-Tests und gibt es viele überführte Doping-Sünder? Bei jedem großen Event gibt es Doping-Tests. Die werden einfach ausgesucht. Heute bin ich dran. Ich war von drei Jahren dran beim Weltmeisterschaft. Und? Nichts gefunden? Gott sei Dank nichts. Gute Heimisch. Nein, nein. Das ist wirklich. Die machen regelmäßig. Bei kleinen Turnieren, bei große. Und ich glaube nicht, dass es ja einer erlaubt, so was zu nehmen. Wir haben, und da war es natürlich schwierig. Wie schafften das Schröder und Suljowitsch in einer Sendung? Wir wollen einen Dart-Wettbewerb machen. Wir haben uns auf einen Kompromiss geeinigt. Und zwar eine Dartscheibe, die Dürers Hasen im Mittelpunkt hat. Und wir wollen jetzt schauen. Da ist der Hase. Wie gut Herr Schröder an der Dartscheibe ist. Hier ist die, wir haben es extra original gemacht. Ich glaube, das ist die Entfernung. Das ist die Entfernung, 2,73 Meter, glaube ich. Und ich muss das erlegen. Die Augen sind 100 Punkte, die Löffel 50, die Pfoten 30 und der restliche Leib 10, wenn Sie den Hasen nicht treffen. Und wir bedanken uns an der Stelle auch bei der Albertina für das Original, das uns zur Verfügung gestellt worden ist, für dieses schöne Spiel. Können Sie den Saal räumen? Nein, nein. Wir haben auch den Kameramann einen Helm aufgesetzt, damit nichts passieren kann. Herr Schröder beginnt. Herr Schröder beginnt. Ich habe das nie gemacht. Ja, aber Ihre Frau bitte, versuchen Sie Ihre Frau zu bezirzen, der das sehr wichtig wäre, dass Sie ein bisschen Dart spielen können. Wow! Fast am Auge, du. Bist du. Totester. Nicht schlecht. Sehr gut Applaus. Aber jetzt kommt der Meister. Wir lassen das. Wir lassen das. Lieber Mensur Zuljovic. Auge 100. Auge 10. Das Auge ist das Beste in dem Fall. Oh. 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 Genau getroffen. Ne, war's. Ist schlecht. Ich muss schon sagen, deutlich besser, aber nicht so wahnsinnig viel besser. Ja, trotzdem möchte ich es noch etwas ausprobieren. Bitte, Christelmann, kannst du die nochmal runterholen? Also wir verbinden Herrn Zuljewitsch die Augen. Wir versuchen es nur einmal ein bisschen schwieriger zu machen. Ja. Wir haben jetzt... Darf ich Herrn Schröder nochmal bitten? So. Herr Zuljewitsch... Herr Schröder darf als Erster. Sie dürfen noch einmal Zweiter versuchen. Herr Schröder als Erster. Und dann den komplett... Ich sehend. Sie sehend, ja. Ja. Nicht arrogant werden, Herr Schröder. Ja, okay. Wieder gut. Nein! Er hat ins Auge gefossen, oder? Ich fasse es nicht. Das gibt's ja nicht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Achtung, jetzt der liebe Herr Zuljewitsch. Wir führen ihn hin. Ich darf Ihnen hier die Pfeile. Und jetzt schauen wir mal, wie der blinde Zuljewitsch... Hat ein bisschen was von Licht ins Dunkel auch jetzt, aber... Okay. Steh ich richtig? Ja, sie stehen richtig. Lass ihn mal. Schau, vielleicht geht's sogar besser, als wenn er keine hätte. Na ja! Ja! Gut. Ein bisschen weiter nach rechts. Ja. Ein bisschen weiter nach rechts. Sie haben den Hasen noch gar nicht getroffen. Jawoll! Bravo! Vielen Dank! Mönsler Zuljewitsch! Danke schön! Und Klaus Schröder! Danke! Danke schön! Bitte rüber! Bitte nimm's Platz! Vielen Dank, die Herren! Ein großartiger Sport-Event hier heute bei der Kommission. Wir dürfen wirklich empfehlen, die Ausstellung der Beginning ab 13.03. in der neuen Albertiner-Zweigstelle am Karlsplatz-Künstlerhaus. Und bitte schauen Sie sich alle Events von Herrn Zuljewitsch an. Heute unsere Gäste Klaus Schröder und Mensur Zuljewitsch! Vielen Dank! Danke schön!